FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Donnerstag, den 8.11.2018. Österreich feiert 100 Jahre Republik, aber ist unser Staat auf Abwägen? Das ist heute unsere Frage. Ich begrüße in der FALTER-Redaktion in der Wiener Innenstadt in einer hochrangigen Runde, die Doyenne des österreichischen Journalismus, Barbara Kudnourf-Kallergi. Willkommen. Hallo. Barbara Kudnourf-Kallergi kommt aus einer alten österreichischen Familie, ist selbst aber zugewandert nach Österreich zu Kriegsende 1945 aufs Land. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe einen eindeutigen Migrationshintergrund. Wir sind 1945 in der sogenannten wilden Vertreibung aus Böhmen vertrieben worden. Ich freue mich, dass die sozialdemokratische Abgeordnete Mona Duzda hier ist. Guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Duzda war Staatssekretärin in der letzten sozialdemokratisch geführten Regierung. Sie kommt aus einer Familie palästinensischer Einwanderer. Wie ist Ihre Familie nach Österreich gekommen? In den 70er Jahren ist mein Vater als Student nach Österreich gekommen. Eigentlich 1969. Und Falter-Journalistin Barbara Tott ist hier. Hallo. Hallo. Sie kommt ebenfalls aus einer Einwandererfamilie. Und zwar? Ja, meine Eltern sind auch wie die von Frau Duzda 1969 aus der damaligen Tschechoslowakei nach Österreich gekommen. Und ich freue mich, dass Armin Thurnherr hier ist. Hallo. Hallo. Thurnherr ist Falter-Mitbegründer und Autor zahlreicher Bücher über Österreich. Er ist auch eingewandert nach Wien, aber nur aus Vorarlberg. Also eine Runde typisch für Österreich, ja. Auch eine Kulturdifferenz. 100 Jahre Republik, da gibt es so manchen Weihrauch, was die Lebensfähigkeit des Staates über Jahrzehnte betrifft. Die war ja 1918, 1919 massiv angezweifelt worden. Und es gibt scharfe Kritik am heutigen Zustand der Republik, vor allem von Kritikern der türkisblauen Regierung. Armin Thurnherr im Falter lese ich, die reale Bedeutung Österreichs ist gering, weil wir ein Kleinstaat sind. Die symbolische Bedeutung ist beträchtlich. Symbolisch nur für uns oder auch für andere? Nein, ich denke, in der Europäischen Union ist es beträchtlich, aber auch in der Welt durchaus kann ein kleiner, neutraler Staat eine Rolle spielen, die viel größer ist, als seinem realen Gewicht zukommt. Also ich habe da einen Kreis geerinnert und an die Sozialpolitik, die er gemacht hat, auch an die Erfolge der österreichischen Sozialpartnerschaft nach 1945. Die sind doch in der Welt, zumindest in Europa, aber auch in blockfreien Staaten weltweit bewundert worden und auch als Vorbild angesehen worden. Und umso schlimmer ist es, wenn es dann ein symbolisches, moralisches Totalversagen gibt, wie es uns von der jetzigen Regierung in Migrationsfragen vorgeführt wird, zum Beispiel zuletzt eben in dem Nicht-Beitreten dem UN-Migrationspakt. Bleiben wir zu Beginn ein bisschen beim Weihrauch am Nationalen Gedenktag. Der kam zum Beispiel vom Bundeskanzler, Bundeskanzler Kurz, bei seiner Rede am Nationalfeiertag vor den Rekruten am Heldenplatz. Wir müssen dieser Generation, die Österreich nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, immer dankbar sein, dass sie an unser Österreich geglaubt hat. Dieser Glaube an unser Österreich hat ihnen dabei geholfen, die Grenzen zwischen den Lagern verschwinden zu lassen. Dieser Glaube an unser Österreich hat uns allen dabei geholfen, dass wir heute im schönsten Land der Welt leben dürfen. Und dieser Glaube an unser Österreich ist heute noch immer genauso wichtig. Denn jede Generation muss sich Frieden, Freiheit und Wohlstand immer wieder neu erarbeiten. Gerade im heurigen Gedenkjahr müssen wir uns daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir an unser Österreich glauben, und dass wir es auch zusammenhalten. Und dass wir einander mit Respekt und vor allem auch Wertschätzung begegnen. Das war Bundeskanzler Kurz am Heldenplatz am Nationalfeiertag. Er hat natürlich auch über dunkle Seiten gesprochen, muss man sagen. Er hat über die Polarisierung in der Ersten Republik, über die Gewalt gesprochen, auch über die Schoah. Aber grundsätzlich diese These von Österreich als Erfolgsgeschichte, als nationale Erzählung, Barbara Kudenhof-Kalergi, ist die wirklich gerechtfertigt? Denn das, was Österreich zusammengebracht hat, das war eigentlich die Erfolgsgeschichte Westeuropas. Österreich selber hat da nicht wahnsinnig viel dazu getan. Also man fragt ja in diesen Tagen immer wieder, haben wir was aus der Geschichte gelernt? Und ich glaube, wir haben natürlich schon nach 1945 etwas gelernt, wie der Armin Thurnherr gesagt hat. Die Sozialpartnerschaft war geradezu das Markenzeichen der Zweiten Republik, während die Erste gekennzeichnet war von dem Kampf der Lager. Christdemokraten, Sozialdemokraten, Schwarze, Rote. Ich glaube, was wir jetzt haben, ist eine Neuigkeit insofern, als die Fronten anders verlaufen. Ich glaube, es geht nicht mehr um Rot gegen Schwarz, weil ja auch die großen Volksparteien keine großen Volksparteien mehr sind, sondern es geht um Demokraten gegen Rechtspopulisten. Das ist die neue Frontlinie, die sich, glaube ich, durch ganz Europa und auch Amerika zieht. Und da kommt mir dieser Weihrauch ein bisschen, wie soll ich sagen, aus der Zeit gefallen vor. Heute ist der Kampf anders. Und ich glaube, die wahre Linie geht zwischen der Zivilgesellschaft und dieser neuen Regierung nicht so sehr innerhalb der parlamentarischen Parteien. Mona Dutz, wenn das die Frontlinie ist, was sagt uns dann die Geschichte der österreichischen Identität, der österreichischen Nation? Was gibt es da, wo man sagen kann, okay, da können wir wirklich stolz drauf sein, da kann man darauf zurückgreifen, um in dieser Frontlinie, die Barbara Kuddenhoff-Galerke schildert, zu bestehen? Ist schon gesagt worden, in Wirklichkeit ist für mich der Sozialstaat und diese sozialen Errungenschaften die wesentlichsten Grundlagen auch unserer Demokratie gewesen. Und was wir heute erleben, ist nicht nur ein Rückbau, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Abbau und sogar eine Zerschlagung. Bürgermeister, ehemaliger Bürgermeister Michael Häupl hat einmal gesagt, Armut frisst Demokratie. Und so sehe ich das auch ganz genau. Wenn man beispielsweise die Notstandshilfe abschafft, dann ist das etwas, wo man Armut stärkt in unserer Gesellschaft, wo man soziale Ungleichheiten forciert. Und das hat eine Rückkopplung letztlich auch auf Demokratie. Wir brauchen uns nur anschauen, wie die Wahlbeteiligungen in vielen Ländern dieser Welt sind, wo fast die Hälfte der Menschen nicht wählen, wie zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten, 40 Prozent. Also damit möchte ich nur sagen, wir erleben einen Demokratieabbau, aber wir erleben aber auch die Zerschlagung unseres Sozialstaates. Und das ist nämlich ein Bruch mit der Zweiten Republik. Aber das war ja nicht jetzt etwas einzigartig Österreichisches in Wirklichkeit. Aber der Sozialstaat ist etwas, was... Westeuropa in der entwickelten Welt eigentlich hat sich überall durchgesetzt. War das speziell Österreichisch? Ich finde schon, dass das für mich schon eine sehr stark österreichische Identität war, wo viele Länder der Welt auf Österreich positiv aufgeschaut haben. Der Wohlfahrtsstaat, aber auch gleichzeitig dieser soziale Dialog, der in Österreich über Jahrzehnte stattgefunden hat mit der Sozialpartnerschaft, wo man Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretung eingebunden hat. Und ich sehe, dass man heute hergeht, dieses Prinzip nicht mehr als bedeutendes und wichtiges sieht. Ganz im Gegenteil, wo diese Interessensvertretungen gar nicht mehr in Entscheidungen eingebunden werden. Es ist ja interessant, dass Sie beide die Sozialpartnerschaft als einen Kern der österreichischen Demokratie und der österreichischen Identität ansehen. Also in unserer Zeit, Armin Turner als Junge, haben wir irgendwie die Sozialpartnerschaft heftig kritisiert, weil das Konfliktvermeidung war und man hat gesagt, das ist eine Verdrängung des Klassenkampfes. Sind wir damals falsch gelegen? Nein, das muss man schon dazu sagen. Die Sozialpartnerschaft war natürlich in sich demokratisch, aber sie hat für die österreichische Öffentlichkeit ziemlich fatale Folgen gehabt. Aber die Ergebnisse waren natürlich schon positiv und ich bin ja immer der Meinung gewesen, wenn man dieser Sozialpartnerschaft eine öffentliche Komponente dazugeben hätte können, dann wäre es sehr gut gewesen, die falsche Lösung ist, die Sozialpartnerschaft abzuschaffen. Man muss ja nur zum Beispiel anschauen, wie es in Deutschland mit der Pensionsreform aussah. Das ist der österreichischen Sozialpartnerschaft oder dem Widerstand der Gewerkschaften und der Arbeiterkammer gelungen, hier sowas zu verhindern, was in Deutschland zu Altersarmut geführt hat zum Beispiel. Also insofern ist Österreich schon ein Ausnahmefall, kann man glaube ich sagen. Ohne das jetzt glorifizieren zu wollen und vor allem nicht in der Art, wie wir es vom Bundeskanzler gehört haben. Also unser Österreich ist etwas vielfältiger geworden. Es gibt immer viele verschiedene, unterschiedliche Österreichs. Wie wird die österreichische Identität jetzt anders gefeiert als vor 20, 30 Jahren, als in einer anderen Phase der Zweiten Republik, war aber da tot? Ja, also was mir aufgefallen ist, es sind irgendwie so paradoxe Feierlichkeiten, weil die, die feiern, sind ja erstmal sehr, sehr jung und sie betonen immer auch diese Jugend. Also Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ja mehrfach immer gesagt, wenn man ihn nach historischen Ereignissen gefragt hat, das war ja der Zeit, bevor ich geboren wurde. Oder auch der Kulturminister, der Gernot Blümel hat bei der Premiere von Waldheims Wald ganz offen eingestanden gegenüber der Regisseurin, dass er sehr viel gelernt hat. Also dem war offenbar Waldheim, die Affäre Waldheim und all das, was sie für die österreichische Erinnerungskultur und für das Verständnis Österreichs, quasi wir sind nicht nur, wir waren nicht nur Opfer von Hitler und der Nazi-Diktatur, sondern wir waren auch Täter und Mittäter, also das war dem Blümel offenbar gar nicht so präsent. Also das ist, finde ich, einerseits ganz interessant, dass quasi eine neue Generation an Politikern diese Feiern ausrichtet und für mich zeigt sich dabei auch, dass diese Feiern merkwürdig wenig im Jetzt verankert sind. Also es ist eine gewisse, es ist ritualisiert, es ist routiniert, es wird die Shoah, der Holocaust, diese schrecklichen Dinge werden alle angesprochen, aber mir fehlt ein bisschen die Verknüpfung mit dem Hier und Jetzt. Die kommt dann natürlich von außen in Form von Kritik von Künstlern, von Schriftstellern, die eben genau diese Verbindung, die ja eigentlich der Sinn von so Feierlichkeiten auch ist, also wo man irgendwie spricht über, was sagt uns die Geschichte über heute, was können wir lernen aus der Geschichte, diesen Aspekt, den liefern dann die Künstler nach. In all diesen Erinnerungsreden kommt die Erste Republik ziemlich schlecht weg. Da wird immer gesagt, da hat man nicht miteinander geredet, das hat dann zum Bürgerkrieg geführt. Inwiefern hängt nicht die gesamte Entwicklung der Republik schon auch mit der Art, wie sie entstanden ist zusammen? Mit der Revolution 1918. Otto Bauer, der große Theoretiker des Austromarxismus, hat über die österreichische Revolution gesprochen. Aber war das wirklich ein Akt der Befreiung wie andere Revolutionen, die als solche begangen wurden oder nicht eher ein Schritt der Verzweiflung und des Zerfalls und dass das ein bisschen auch eine Hypothek ist für unsere Identität, Barbara Kudenhof-Kallerge? Es war 1918 sicher für die einen eine Befreiung und für die anderen ein Unglück. Also ich muss da immer an meinen Vater denken, der noch im 19. Jahrhundert geboren ist und der uns gesagt hat, der 12. November 1918 war der ärgste Tag in seinem Leben, weil seine Heimat, nämlich das multinationale Österreich, verschwunden ist. Otto Bauer hat ja in seiner österreichischen Revolution ja gesagt, das Ziel der proletarischen Revolution von 1918 ist die Herstellung der Deutschen Republik in der Tradition von 1948, das Proletariat übernimmt die nationale Revolution und vollendet sie. Das ist etwas, was ja vollkommen untergegangen ist. Sogar die Deutschnationalen haben ja eigentlich ihr einziges Alleinstellungsmerkmal, also die Idee, die man teilen kann oder nicht, aber die immerhin eine Idee war, der Anschluss an Deutschland, den haben sie ja aufgegeben und haben sich insofern vereint mit den anderen, indem sie den Provinzialismus zur Staatsdoktrin gemacht haben. Und also dieses ganze, dieses Feiern der österreichischen Erfolgsgeschichte, der österreichischen Nation hat nach 100 Jahren eine gewisse Berechtigung, aber es heißt natürlich auch eine Absage an die europäische Tradition, die wir in Österreich ja auch haben, die auch, also wie wir da als Migrationskinder sitzen, auch eine weiter wirkende Wirkung hat. Das verleugnen wir völlig in dieser Konzentration auf das kleine Österreich. Es hat auch damit zu tun, dass wir uns immer weiter entfernen von der Europäischen Union und von der europäischen Idee. Und was also auch in dieser neuen Regierung sichtbar wird, die Annäherung an unsere Nachbarn, Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, ist also, das unterstelle ich jetzt, nicht eine Verbundenheit oder besonderes Interesse und Kenntnisse Mitteleuropas, sondern einzig und allein die Gemeinsamkeit, wir wollen keine Muslime, wir wollen keine Flüchtlinge. Armin Turner? Es hat das Wort paradox gefallen und ich glaube, ich habe das mal in einem Buch geschrieben, man kann eigentlich nur ein paradoxer Patriot sein in Österreich, nämlich in dem Sinn, dass man an die besseren Möglichkeiten Österreichs glaubt und diese liebt, aber die Realität Österreichs ablehnt in diesem Sinne. Also gerade so die europäischen Möglichkeiten, die in einer Vielvölkermonarchie drin gewesen wären, wurden natürlich in der Ersten Republik von keinem Lager realisiert, notgedrungen oder wie auch immer. Und heute... Man hat am ehesten noch die Legitimisten im Hinterkopf gehabt, aber die waren nicht so wahnsinnig geschichtsmächtig. Die Legitimisten waren nicht geschichtsmächtig und auch die Verdienste im Widerstand werden natürlich nicht genauso wenig wie die der Kommunisten entsprechend gewürdigt. Aber ich denke, wenn man die Sache paradox sieht, dann müsste man ja fragen, wo sind die Dinge, an die wir anknüpfen müssten und an die wir nicht anknüpfen. Im Anbetracht dieser komplett geschichtslosen Regierung, der alles nur als Versatzstücke sieht für Propaganda und Spin-Doctoring und so weiter, könnte man schon fragen, wo wäre es denn? Also das wäre mal einerseits dieses nicht eine Nationalität dominieren lassen, den Möglichkeiten einer besseren Habsburger Monarchie zum Beispiel als Erbe, dann natürlich die Wiener Moderne, die ja überhaupt keine Rolle spielt oder viel zu wenig Rolle spielt, und das Rote Wien. Das wären so die drei großen Errungenschaften, auf die man sozusagen patriotisch stolz sein könnte, wenn es sie denn gäbe. Also nationale Identität hängt ja immer ein bisschen auch mit Hellengeschichten zusammen. Also die französische Identität hängt mit der französischen Revolution zusammen, die amerikanische Identität mit der amerikanischen Revolution. Die österreichische Identität hat eigentlich keine Helden und auch keine wirklichen Revolutionen, die erfolgreich sein können. Oder übersehen wir da was? Sie haben sozusagen mitbekommen, Sie haben das erlebt, wie so die politische Sozialisation ist, auch eine patriotische politische Sozialisation. Was sind da die Hellengeschichten? Wohne tut es da? Für mich sind die Hellengeschichten Politiker der Zweiten Republik gewesen, die in Konzentrationslagern saßen, die im Exil waren, die in den Gefängnissen saßen. Rosa Jochmann nenne ich zum Beispiel, im KZ Ravensbrück, aber auch Bruno Kreisky, der auch im Gefängnis saß, der im Exil war, der unheimliche Schwierigkeiten hatte, dann auch wieder zurückzukehren nach Österreich. Ja, aber von der sozialdemokratischen Führung sind eben die Schwierigkeiten gemacht worden. Ja, da haben Sie recht. Aber das waren halt Leute, die Unvorstellbares mitgemacht haben und die auch ein ausgeprägtes Gespür dafür gehabt haben, wie Faschismus in unserem Land zustande gekommen ist. Die erlebt haben, wie jüdische Studenten verprügelt wurden an den Universitäten, die ihre Abschlüsse nicht machen konnten. Und das waren halt deshalb auch solche starken Persönlichkeiten und denen auch letztlich der soziale Dialog und der Konsens deswegen auch so wichtig war. Und daher bin ich auch natürlich eine sehr starke Kritikerin dieser Tendenzen der Polarisierung in unserer Gesellschaft und dieses Schüren auch von Stimmung. Und auch die Tatsache, dass beispielsweise ich oftmals den Eindruck habe, dass man sich mit Politik nicht wirklich substanziell und inhaltlich auseinandersetzt, sondern da bin ich auch bei dem, was Armin Thunherr auch in seinem Artikel beschrieben hat, diese permanente Symbolpolitik. Alles auf der politischen Oberfläche. Es geht um sehr starke Marketing, aber man geht den Dingen nicht auf den Grund. Und es geht nicht darum, jetzt eine inhaltliche Auseinandersetzung in der Gesellschaft seriös zu führen und dieses Ziel zu haben, eigentlich eine Gesellschaft weiterzuentwickeln. weiterzuentwickeln. Es geht nicht um die Emanzipation des Menschen. Und das kommt mir sehr abhanden. Barbara Kuddenhoff, eine Nation ohne wirkliche Heldengestalten, Heldengestalten, die Sie nennen, Mona Dudzda, sind Heldengestalten der Sozialdemokratie, der Linken, aber eigentlich nicht in der Kategorie von nationalen Heldengestalten. Was macht das mit einer Nation? Ich habe mich ja bei dem Anschauen des Hauses der Geschichte ein bisschen gewundert, dass ein Haus der Geschichte die österreichische Geschichte 1918 beginnen lässt. Vor der Tür steht der Prinz Eugen, also eine der Heldengestalten der weiteren österreichischen Geschichte. Vis-à-vis steht die Maria Theresia, auch eine Heldengestalt der weiter zurückliegenden Geschichte. Die kommen nicht vor. Also wir haben uns da auch unsere eigenen Helden ein bisschen abgeschnitten. Helden gibt es in den letzten 100 Jahren relativ wenige. Ich glaube, das muss man einfach zugeben. Da müssen wir schon ein bisschen weiter zurückgreifen. Aber ich glaube, dass es legitim ist, wenn wir, also ich mir wünsche, dass der Bogen ein bisschen größer gefasst wird, als sozusagen die Erzählung, die Gründungserzählung, die ich ja noch in der Schule erlebt habe, wo Oster-Riche, also eine völlig belanglose Urkunde, als sozusagen das Gründungsdokument Österreichs groß gefeiert worden ist. Wie wichtig ist das noch, Barbara Todt als Historiker, an dieser Oster-Riche-Geschichte, oder war das was nach 1945 in den Volksschulen? Das ist das Nation-Building natürlich. Also der Versuch quasi auf den Trümmern der Monarchie, nicht und auf diesem Bild des Avizindia eigentlich in einem Staat, den keiner wollte, die Erste Republik, und dann eben quasi diese Zweite Republik, die aus den Trümmern entstehen muss. Also der Versuch, da irgendeine Art von Nationalstolz aufzubauen. Und da war Oster-Riche, war halt ein Zitat, das verwendet wurde. Und da gibt es auch Bücher, das Rot-Weiß-Rot-Büchlein, wo halt einfach versucht wurde, politisch Nation-Building zu machen. Und es wird ja jetzt auch wieder probiert. Also ich finde es ja ganz interessant, wie Kurz auf diese Nachkriegsnarrative auch ein wenig zurückgreift und eben nicht zum Beispiel bewusst anschließt an andere Narrative, die es ja gäbe, wie eben zum Beispiel die Monarchie und der Vielvölkerstaat. Also er sucht sich natürlich das raus, was jetzt sehr gut bei ihm hineinpasst. Armin Tunis, ich war froh, dass wir keine Helden haben, möchte ich nur sagen. Es gibt natürlich genug verehrenswürdige Personen, jetzt von Franz Jägerstetter bis Karl Schrantz, meinetwegen, mit denen man die Identität begründen kann. Aber es ist auch ein Klischee, aber wir sind sowas wie die unheroische Nation, wenn schon. Denn so ein fetter Kleinstaat, der seinen moralischen Verpflichtungen nicht nachkommt, der braucht keine Helden zu haben. Da sollte sich lieber überlegen, wie kann er sozusagen eine anständige Rolle in der Gegenwart spielen. Das Geschöpf Österreich-Bewusstsein ist Thema des Leitartikels, des Kommentars von Armin Turner im aktuellen Falscher. Da schreibt er, dieses Geschöpf Österreich-Bewusstsein montierte vom zaghaften Patriotismus, über den wir jetzt gesprochen haben, zum Austro-Chauvinismus. Österreich durchlebt zurzeit eine Phase der Reaktion. Wir haben das schon hier diskutiert, so lautet die Diagnose. Ziemlich brutal auf den Begriff bringt dieses Gefühl der Schriftsteller Peter Turini bei seiner Festrede zu den Republiksfeiern, die er vor dem SPÖ-Parlamentsklub gehalten hat. Es scheint, als sei ein Wettrennen darüber ausgebrochen, wer der größere Feind des Nächsten ist, wer die Schwächeren am besten verhöhnen kann. Der politische Begriff des Rechtsrucks greift zu kurz. Hier geht es auch um den Charakter des Einzelnen. Ich habe daher meiner Rede den Titel gegeben, was uns bedroht, sind nicht die Ozonlöcher, sondern die Arschlöcher. Die Rede Turinis ist ein Fanal. Sie geht so drastisch und farbig eine ganze Stunde lang weiter. Wir bereiten daraus einen Sonderpodcast für den nächsten Samstag vor. Jetzt, dass Österreich Vorreiter sein will, wenn es geht gegen die Flüchtlinge, für mehr Grenzen in der Welt. Wie sehr hängt das mit der eigenen Geschichte zusammen? Es fällt ja auf, dass die ähnlichen Tendenzen besonders stark sind in Mitteleuropa. Also das ist eine Anlehnung. Man sieht das in Ungarn, man sieht das in Polen. Ist da irgendetwas an der mitteleuropäischen Identität faul, weil es nie den Befreiungsschlag einer erfolgreichen Revolution gegeben hat? Barbara Kudnoff-Kalergi. Es hat in Ungarn eine erfolgreiche Revolution gegeben. Es hat in Polen mehrere erfolgreiche Revolutionen gegeben. Man könnte sagen, der französische Journalist Bernard Guetta bereitet eine Serie von Büchern vor, die die These vertritt, dass die Wiege des Rechtspopulismus ist das alte Österreich. Ich bin nicht sicher, ob das so stimmt. Aber es ist natürlich wahr, dass der Nationalismus gegen ein großes Imperium in Mitteleuropa Wurzeln hat. Aber ich glaube, was wir jetzt erleben, wenn man es plakativ sagen will, ist nach der Ersten und der Zweiten Republik möglicherweise der Beginn einer Dritten Republik. Es hat ja lange Zeit die These gegeben, Österreich ist kein Einwanderungsland, ist kein Einwanderungsland. Das ist schon vor 20 Jahren, vor 25 Jahren mal ist es auf die Straße gegangen, hat lauter Einwanderer gesehen, aber der offizielle Diskurs war, Österreich ist kein Einwanderungsland. Und jetzt kommt das wieder vom Vizekanzler, vom Innenminister. Warum ist es so schwer, eine Gegenrede zu finden, obwohl es ja offensichtlich ist, dass die Realität eine ganz andere ist, jetzt auch von der Sozialdemokratie, von der Linken. Warum ist es so schwer zu sagen, Kinder, das ist völlig absurd. Wir sind natürlich ein Einwanderungsland, müssen uns dem stellen und müssen wahrscheinlich auch ein Einwanderungsland sein, um unsere Zukunft zu sichern. Ja, weil es in Österreich so schwer geworden ist, zu diesem Thema mit einem sachlichen Diskurs auch medial durchzukommen, muss man fairerweise sagen. Wenn man sich beispielsweise anschaut, die Entwicklung im letzten Wahlkampf, da hatten wir ja auch eine neue Tendenz, dass erstmals eine konservative Volkspartei im Grunde genommen das Gleiche gemacht hat, wie die FPÖ, nämlich einen ausländerfeindlichen Diskurs eingeschlagen. Und damit der gesamte Wahlkampf mit diesem Migrationsthema besetzt und dominiert wurde. Und ich meine, ich sage ganz offen, es ist so schwer mittlerweile, hier vernünftig, sachlich, faktenbasiert, dieses Thema in Österreich zu behandeln, weil man in Wirklichkeit nur damit Emotionspolitik macht und ganz bewusst und gezielt. Und das wird mittlerweile aber auch von führenden Regierungsverantwortlichen gemacht. Und ich glaube, das ist das Neue. Denn in der Vergangenheit mit allen Regierungen, selbst Schwarz-Blau 1, hätte ich jetzt gesagt, die haben sozialpolitisch abgebaut, bis zum Gehtnichtmehr. Aber herzugehen und diese Politik des Populismus nicht mehr als reine Oppositionspolitik zu verstehen, sondern als Regierungspolitik zu verstehen und das auch tatsächlich jeden Tag aufs Neue auch darzulegen und zu machen, das ist eine Eigenschaft dieser Bundesregierung. Und das hat die österreichische Volkspartei in dieser Form nie gemacht in der Vergangenheit. Das ist wirklich neu. Und da sieht man auch den Wandel einer einstmaligen Volkspartei hin zu einer, sage ich jetzt ganz offen, auch einer rechten, rechtspopulistischen Partei. Denn nicht nur die FPÖ ist rechtspopulistisch, sondern auch mittlerweile die ÖVP oder die Türkisen. Das ist ja eine Diktion, die sich weit über die Parteigrenzen, also auch der Regierungsparteien hinaus, ausgebreitet hat. Also die Sache, wir sind kein Einwanderungsland, wir dürfen kein Einwanderungsland sein, ist wahrscheinlich eine Aussage, die sehr viele sozialdemokratische Politiker auch unterschreiben würden. Wie sehr tut sich die SPÖ hier, geht sie eine Auseinandersetzung aus dem Weg, Barbara Todt? Die Bedingungen waren nie schwieriger, um diese Auseinandersetzung sachlich zu führen. Seit 2015 haben wir einen dermaßen großen Wandel in der öffentlichen Meinung und auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Und der politische Islam als Feindbild funktioniert perfekt. Also ich verstehe bis zu einem gewissen Grad, dass diese Auseinandersetzung in der SPÖ derzeit niemand führen möchte, weil sie nutzt am Ende wohl derzeit auch vor allem denjenigen, die sie damit eigentlich bekämpfen möchten. Armin Thurnier, was wäre die Alternative? Ich glaube, das Falscheste ist, sich dieser Argumentation anzupassen, die so erfolgreich zu sein scheint. Und das Zweitfalscheste ist aber, Justament dagegen zu argumentieren und dann auch alles in Kauf zu nehmen, was mit seiner Justament-Gegenhaltung zusammenhängt. Also ich habe nie verstanden, dass man nicht gesagt hat, 2015, es war Staatsversagen. Man kann nicht massend durchwinken durch ein Staatsgebiet, ohne sie zu kontrollieren. Aber es war auch eine Situation, in der man helfen musste. Die, die es befürwortet haben, haben sozusagen pauschal alles kritisiert und die, die die Hilfsbereitschaft verteidigt haben, haben auch das Staatsversagen unwillentlich mitverteidigt. Und so geht dieser Diskurs kaputt. Ich würde sagen, Staatsversagen, ja, wir müssen Grenzen schützen, ja, aber wir sind ein Zuwanderungsland, wir brauchen faire Regelungen, wie diese Zuwanderung von Staaten geht. Und überdies ist es ja staatsfeindlich, zukunftsfeindlich, negativ und eine Disqualifikation jedes Wirtschaftstreibenden, der die Zukunft des Landes so aufs Spiel setzt, dass er sagt, wir machen ein Land, in das niemand mehr einwandern will. Weil dann wird dieses Land absterben bei der jetzigen Reproduktionsrate und wird keine Zukunft haben. Ich verstehe nicht, wie diese Leute dauernd die Zukunft im Mund führen, die sozusagen die Zukunft des Landes massiv gefährden. Also solche Dinge müsste man auch offen aussprechen, das wird aber nicht gemacht. Aber Herr Kudnhoff, wie könnte man es anders machen? Wenn man, also die ideale Republik von Armin Thurnherr sich ausmalt, dann könnte man natürlich sagen, trotz allem hat Österreich eine große Tradition als Einwanderungsland. Und auch diese Anti-Ausländer-Tendenzen sind insofern nichts Neues, als zum Beispiel die Tschechen, die das größte Einwanderungsgruppe war nach 1900, die wurden mit genau denselben, Brigitte Hamann hat das in einem Buch beschrieben, mit genau denselben Argumenten bekämpft, wie jetzt die Zuwanderer aus muslimischen Gegenden. Außerdem, also denke ich gerne daran, 1912, als wir Bosnien und die Herzegowina okkupiert haben, ist ein bosnisches, muslimisches Regiment durch die Steiermark marschiert. Sie ist von den Steirern oder von manchen Steirern mit Steinern beworfen worden. Daraufhin sind die Redelsführer vor Gericht gestellt und eingesperrt worden. Und die Botschaft war klar, Leute, das sind unsere Leute, die werden nicht beleidigt und wer es trotzdem tut, wird eingesperrt. Das war die klare Botschaft gegen eine genauso massive Anti-Ausländer-Stimmung, wie sie jetzt haben. Das war das FALTER-Radio für Donnerstag, den 8.11.2018. Ich bedanke mich sehr herzlich hier im Studio bei Mona Dutzter, bei Barbara Kudnoff-Kalergi, bei Barbara Tott und beim Hausherrn Armin Thurnherr. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Einen Schwerpunkt zu 100 Jahre Republik gibt es im aktuellen Heft des FALTER. Jede Woche sind Recherchen und Analysen zu lesen, die man sonst nicht findet. Ein Abonnement des FALTER kann man online bestellen über www.falter.at. Vier Wochen gibt es ein Probe-Abo, sogar gratis. Dieser Podcast ist ja überhaupt gratis. Für Samstag bereiten wir harte Politkost vor. Es gibt einen Sonder-Podcast mit der fulminanten, vollständigen Festrede Peter Thurinis zu den Republikfeiern. Aber auch Humor und Gelassenheit dürfen nicht fehlen. Die bietet der Kabarettist Dirk Sterrmann im Talk mit Armin Thurnherr. Das alles am kommenden Samstag. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die Technik betreut Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das FALTER-Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Die Technik betreut Anna Goldenberg.